Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal CampMonkey. Ich freue mich, euch berichten zu dürfen, dass wir heute unsere erste längere Reise machen, und zwar fahren wir nach Kroatien. Heute ist Pfingstsonntag. Ich wünsche euch auch allen einen schönen Pfingstsonntag. Unsere erste Etappe ist vom Raum Düsseldorf bis zum Stellplatz Schlüsselfeld bei der Firma Morilo. Das haben wir uns erstmal ausgesucht. Wir hoffen, dass das soweit alles klappt. Und wir haben jetzt noch 304 Kilometer vor uns bis dorthin und gleich werde in dem Falle von unserer Reise berichten, vom Stellplatz berichten und was uns so alles wieder fährt in der ganzen Zeit. Hier geht es gerade mächtig bergauf. Ja, wir freuen uns natürlich in den Urlaub zu fahren. Runde, alles ist an Bord. Und ich sag mal, ich melde mich später. Verlassen Sie die Autobahn in einem Kilometer an der Ausfahrt zu dem 70. Verlassen Sie die Autobahn. Verlassen Sie die Autobahn. In 300 Metern, am Ende der Straße biegen Sie links ab, Richtung Wachenroth. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. In 450 Metern, biegen Sie scharf rechts ab, auf ST 2260. Wiegen Sie die zweite Straße scharf rechts ab. In 550 Metern, biegen Sie links ab. In 550 Metern, biegen Sie links ab. In 150 Metern, auf Tempeln getrunken, aus, Sie kommen an Ihrem Ziel in 750 Metern auf der linken Seite an. Sie kommen an Ihrem Ziel in 300 Metern auf der linken Seite an. Sie kommen an Ihrem Ziel in 500 Metern auf der linken Seite an. Neuberechnung der Route Neuberechnung der Route Neuberechnung die nächste rechts Strom angeschlossen Strom ist hier ebenfalls kostenlos Alles niegelneide neu hier Hier wird wohl ein Grillhaus gebaut So wie ich das gesehen habe im Internet Fähr- und Entsorgung habe ich jetzt noch nicht gefunden Und dann schauen wir mal weiter Wie das hier so ist mit der Fähr- und Entsorgung Wir haben irgendwo was gesehen So die Entsorgung haben wir gefunden Das ist wohl noch die alte Entsorgung Und unten an den Stellplätzen wird neu gebaut Wasser gibt es Abwasser Und Holiday Clean Für die Kassettentoilette Ja das sieht alles Sauber und ordentlich hier aus Das ist super Ja da freuen wir uns Das ist alles kostenlos Das ist alles kostenlos Das ist das beste Das ist alles Schnapp des Tages Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017